Hallo und willkommen zurück bei Lost in Random. In der letzten Folge haben wir unsere Traumkarte fertiggestellt und im Traum der Königin schon mal ein wenig die Grenzen aufgezeigt. Und jetzt finden wir uns hier vor dem Tor zu Sextopia wieder. Ja, ich glaube auch, dass wir in der richtigen Richtung sind. Denn da vorne ist ein... Da war sich wieder die Angst. Ja, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Da vorne ist ein Tor mit einer 6 drauf. Und... Ab geht's. Sieht ja irgendwie lustig aus, aber es ist halt nur eine Pappfassade. Also... Eigenartig. Aber gut, wir werden mal würfeln. Ja, wer weiß, vielleicht ist das hier schon die letzte Folge. Ja, ist schon etwas eigenartig, ne? Alles so... Ich meine, es sieht fantastisch aus. Ich finde es halt wirklich... Wirklich hübsch. Muss man einfach mal sagen. Es scheint aber halt so... Als wäre es nicht so... Nicht so echt, ne? Also so diese Fassade und winkende Leute. Es sieht halt so aus, als sollte das... Ja, eine Fassade sein. Einfach nur. Und das eigentliche Sextopia ist verschwollen. Vielleicht müssten wir hier oben auf diese... Diese Spinnenbahn... Gelangen. Uh-huh. Oh-ho-ho, Stew! Ja, wo gibt es hier einen Hausmeister? Tiffany, 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 Tiffany. Wie viele times haben wir das diskutiert? Wir nicht schlauch über wenn wir rauskommen. Oh, ich versuche, Alphonse... Good morning, lovelies! Good morning, Charles. Why don't you look handsome today? Ha-ha-ha! Oh, heck, I'm just the same old man I always was. But bless your heart for lying, lovelies! Ha-ha! Oh, you're here too, Albert. Hey, Ugly. I'm a big, stupid cardboard person. I'm Charles' least favorite because I'm a mean, stupid idiot who falls apart all the time. Yes, 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 Albert. We're all familiar with your whole deal. Excuse me, uh... Charles? Erinnert mich ein bisschen an, äh, äh, den Film mit, ähm... Na, wer war's denn noch? Will Smith in, ähm, I am Legend, da, äh, wo er dann durch die Stadt läuft und, äh, mit den Schaufensterpuppen interagiert, weil sonst niemand da ist. Ha-ha-ha! Wir haben hier seit 60 Jahren gelebt. Du wirst wissen, was jetzt passiert ist. Ja, was gibt's? Though, of course, not much actually does go on here. You stand around and I fix you when you fall apart. Easy! Easy peasy. Ha-ha. Of course you are, obviously. You're all real here. No, we're real. If we were fake, could my head fall off all the time? Oh, no, no, no. Don't you dare, Albert. I've had enough of that for today by far. Um... Alone? Ha! I'm surrounded by friends here. There's Bedelia, Claude, Claude II, Snuggle Buns, 8-Ball, Big Tony, Little Tony, Average Tony, the hated Albert. Boingy, 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 Peanut Butter and Jam, they're twins. Ha-ha-ha! Don, Donner, Donnist, Don Ultimate, Don Penultimate, Don Ultra Penultimate, Don Ultra Penultimate, Don... Well, I don't need to tell you their names. We've all been here forever! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! You... You don't talk like the others, do you? She sure doesn't. Should we be suspicious, Charles? I'm very suspicious. No, no, it's okay. Ha-ha-ha-ha! It's fine to be curious, lovelies. Yeah, my earliest memory. Hmm... It's when my head first fell off, 40 years ago. Ha-ha-ha! No, it's when me and Paddock Kegs got married, 50 years ago. No, no, it was when I was young. Just, just a child, really. The nanny came for me in that, that, that chariot that walked like a spider. She dropped me here, told me my only task in life was to take care of these props. She said my fate was never to be anything more than a forgotten janitor. And then she disappeared, and she never came back. And all I've done for every day of my life since then was live here alone, so profoundly alone, surrounded only by these, these parodies of life mocking me every hour of every day with their ageless faces and painted on smiles, and I... Oh, so I thought. But then, five years into it, y'all started talking to me, and you've never stopped since. Ha-ha-ha! And now you're an old man surrounded by friends who'll never die. Ha-ha, sure am, lovelies. Ha-ha, ain't that a blessing? Ha-ha, wow, I must be the luckiest guy in the whole world. Woo-hoo! Little man. Oh, ha-ha-ha-ha. Das ist ja, äh, sehr traurig eigentlich. Ja gut, das brauchen wir nicht fragen, das hat er schon beantwortet. Not ever. They pass through sometimes. That hardly counts. Ze go to ze tower. Look, I don't want to talk about it. Nanny's chariot passes through on its way to the tower. The children get quieter and quieter as the chariot moves away. Then we never hear them again. Oh, how I could visit them in the tower. What quiet fun they must be having. Then she's playing up in the tower all day long. How lucky. Ha-ha-ha. Uh, wait. Why would the queen want the nanny to take one of us cardboard cutouts? It's never happened before. Maybe she isn't really a cardboard cutout like us. No, she is. She's just lost her mind. That's all. I'm humoring her, see? Ha-ha-ha. Tell me about your sister, lovely. Now, lovely, I learned long ago it's best not to make promises to yourself you can't keep. Now, where have I heard that name before? Ha-ha-ha. Ha-ha. Ha-ha. Yes. Odd. Then, äh, gehen wir genau da auch lang. Oh, you're welcome. We all say thanks, don't we? We sure do. It's nice to get company. It's nice to see a new face. It's nice to be remembered at all. But hey, say hi to the queen for me. Ha-ha. Reminder, I'm here. I'm still here. Ach, hey, der tut mir total leid. Er hätte ihn ja wenigstens mal nach seinem Namen fragen können. Na gut, wahrscheinlich erinnert er sich nicht mehr daran. Was ist da drin, Dicey? Da-da-da-da. Oh, I can just feel it. She has to be. Hm. Oh, unser Geisterkumpel. Aber ich wollte doch genug. We've come so far, haven't we? But I still don't know for sure what you want me to do. Death keeps Sonic. I've got a card up my sleeve, in my chest, up me nose, up me... Well, everywhere. Let's trade. Cards on the table. This is a bit outside my normal rounds, and not at all what I was expecting. But now you're here, and Manny Dex is playing a sympathy card. You've got to buy something, mate. Please? Oh, Manny doesn't try to understand the world. All I understand is cards. And I understand now that perhaps you're looking to trade. You never know who's listening, mate. Now, let's trade and forget all about any treasonous thoughts, eh? Hm. I don't call them, Manny. Und wir haben sogar noch Münzen über. Ja, das ist ja jetzt irgendwie... Wah. Also, ich hatte halt irgendwie gehofft, dass er jetzt... Er hat ja gerade so ein bisschen Andeutung gemacht. Und, äh, ich hätte jetzt irgendwie gehofft, wenn wir die Karten aufgekauft haben, dass er dann... Äh, vielleicht nochmal irgendwas sagt. Dass er jetzt irgendwie... Vielleicht sei auch bloß dazu... Genötigt... Dazu, äh... In diesem Schrank zu wohnen. Hm. Na gut. Okay. Das hat er geführt. Was ist das? warum wachsen keine neuen kristalle mensch die brauche ich doch jetzt können wir doch schon mal mit irgendwas arbeiten hier den kristallflug wo soll man sich jetzt aber den bogen dazu es 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 Zeitfalle hier hin ich bin eigentlich ganz gut aufgehoben mit der Gesundheit aber wir fixen uns den mal ja 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 Ja, wir haben ein bisschen Schaden kassiert, sollen wir uns mal ein bisschen heilen. Die Vergiftung finde ich einfach super, ne? Die Vergiftung ist ein bisschen heilen. Ist eigentlich noch irgendwas Größeres erschienen oder noch was weiteres? Nicht so richtig, ne? So, dann spüren wir den mal ein. Geht nicht, warum geht das nicht? Hmm. Geht's. Tuck. Haben wir was. So, jetzt haben wir nur noch nicht rausgefunden, wo wir an die Seite rankommen. Ah. Da ist der Gespensterkumpel. Ah, ist sie doch. Jippie. Wollen wir mal reingucken? Oh Gott, oh Gott, ich traue mich nicht. Wir haben bestimmt welche übersehen. So. Fehlen tatsächlich. Ja, Märchen lesen kann man noch machen. Das machen wir dann aber, wenn wir wirklich sicher sind, dass wir keine weiteren mehr finden. Hmm. Macht ja jetzt eigentlich auch gar keinen Sinn mehr, weitere Münzen noch zu sammeln. Wir haben Menni ja leer gekauft. Oh, haua. Die königlichen Gärten, aber so richtig königlich sieht das aber nicht aus. Na, den Tod haben wir ja kennengelernt. Das ist ja eigentlich ein feingestellter Knall. Na, ich befürchte, da müssen wir gleich runter. Hm. Keine neuen Karten. Na gut. Gut, dann ist dies doch noch nicht ganz das Ende, aber wir sind schon sehr nah dran. Wir machen hier ein kleines Päuschen und in der nächsten Folge wird uns das wahrscheinlich nach da unten verschlagen. Und dann werden wir da ein bisschen aufräumen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin. Ciao.